Keiner bewegt sich. Das Feuerwerk muss gestoppt werden. Und dann kommt der Feuerlöscher zum Einsatz. So. Oh, jetzt kann nichts mehr passieren. Buddle, du hättest niemals so durch die Funken fahren dürfen. Ich weiß. Tut mir leid. So ein Chaos meinetwegen. Mir tut es auch leid. Die Öffnungen der Feuerwerkskörper hätten nie nach unten zeigen dürfen. Das ist auch meine Schuld. Ich bin gegen die Stützen gefahren und ich habe nicht nochmal nach den Lichtern gesehen. Und das nur, weil ich meinen Helden treffen wollte. Das ist eine Katastrophe, Bob. Ich muss diese letzte Szene heute unbedingt drehen. Keine Sorge, wir sind die Retter in der Not. Genau wie Dennis Blitz. Wir schaffen das. Wir sind fertig. Aber leider ist die Holzstücke. Ich habe die Stütze von einem der Hintergründe kaputt. Ich könnte ihn abstützen, Bob. Aber Buddle, Dennis ist doch dein Held. Willst du ihm gar nicht beim Drehen zusehen? Ja, schon. Aber das ist jetzt egal. Es ist meine Schuld, dass die Stütze kaputt gegangen ist. Jeder auf seine Position. Und wieder einmal habe ich den Tag gerettet und die Welt mit einem Boom-Zoom schlägt der Blitz zweimal ein. Und Schnitt. Danke an alle. Das war's. Die Dreharbeiten sind beendet. Ich bin gespannt, wie es gelaufen ist. Es war einfach toll. Danke, Buddle. Dennis Blitz. Das bin ich mit einem Boom-Zoom schlägt der Blitz zweimal ein. Äh, Dennis? Eine Wasserwaage. Dennis. Zieh dir die kleine Blase an. Einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. Dennis, ich muss jetzt einpacken. Dennis, kann ich bitte mein Werkzeug wiederhaben? Hey, setzt mein Haar gerade? Das mess ich aus. Dennis. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz auf. Schlag ein. Jetzt testen wir's. Oh, Wahnsinn. Danke für eure Hilfe, ihr zwei. Ihr seid ein super Team. Bob und ich fahren jetzt drauf aufs Dach, Leo. Auf unser Zeichen zieht ihr die Satellitenschüssel hoch. Klaro. Wir melden uns, sobald die Stützpfeile angebracht sind. Okay, wir halten uns bereit. Komm schon, Leo. Ich komme. Hast du gehört, was Bob gesagt hat? Wir sind ein super Team. Yo, yo, Team Hepp-Leo. Leo? Oh, äh, ja. Whoopi-di-do, Team Leopo. Nein, Team Hepp-Leo. Aha. Hepp-Leo. Team Hepp-Leo. Ich spiel nur schnell zu Ende. Ich glaube, Bob und Wendy wollen, dass wir uns auf die Arbeit konzentrieren. Ich konzentriere mich auf die... Au! Ist alles okay? Ja, ich hab wieder die meisten Punkte. Tja, Pech gehabt, Flotter Fred. Guck mal, von hier aus kann man den Sportis beim Training zuschauen. Es sieht so aus, als hätten Sie Herrn Brauer dazu gebracht, ein Plakat für Sie zu machen. Wow, das kann er wirklich gut. Wer hätte das gedacht? Er ist fast so gut wie ich. Wendy, was tust du da? Das ist die Markierung für die Satellitenschüssel. Wusste ich doch. Okay, der erste Spanngurt sitzt fest. Jetzt fehlt nur noch der zweite. Ich glaube es nicht. Der flotte Fred führt schon wieder. Okay, Team Hepp-Leo. Wir brauchen jetzt die Schüssel. Äh, Leo? Bob ruft uns gerade. Was? Oh, Sekunde. So, schon geschafft. Ha, jetzt bin ich wieder an der Spitze. Hm. Hallo, Leo? Ja, Bob. Die Schüssel ist gleich bei euch. Danke, Leo. Hebe sie ein bisschen hoch, Heppo. Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Noch ein Stück höher. Äh, das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja. Tja, wenn du das sagst, gut. Oh nein. Vorsicht, Leo. Oh. Ah. Komm, Wendy. Wir müssen das Heulabyrinth aufbauen. Wendy, versuchst du wieder Bob an Halloween einen Streich zu spielen? Das hat bisher noch nie geklappt. Aber dieses Jahr schaffe ich es. Oh. Oh. Also bei mir ist es ihr gelungen. Das muss der Geist sein. Ganz genau. Charlie, du hast mich erschreckt. Entschuldige, Hippo. Also, der Geist kann sich von ganz allein aufblasen. Zuerst ziehst du an der Schnur, dann füllt er sich mit Luft. Also stoß bloß nicht gegen die Kiste. Wieso? Was passiert dann? Durch ein Ruckeln kann sich die Schnur lösen. Und der Geist füllt sich mit Luft, wenn du es gar nicht willst. Was war das? Okay, Hippo. Du kannst das schaffen. Hab keine Angst. Heb einfach die Kiste hoch. Es geht los. Ich hab doch ganz schön Angst. Also jetzt schnell den Geist abliefern. Sofort. Heppo, wo bist du? Ich hab die Kiste nicht verschlossen. Oh, super klebriger Schleim. Hm, nicht gut genug, um Bob einen Streich zu spielen. Ja, das hier ist perfekt für einen Streich. Damit wird er sich richtig erschrecken. Sag mal, wozu sind denn diese Öffnungen im Heu? Die Leute stecken ihre Hand ins Heu und finden dort entweder was Süßes oder was Saures. Du könntest es doch gleich mal ausprobieren. Irgendwas gefunden? Ja, ein Halloween-Keks. Für mich gibt es halt nur Süßes. Das verstehe ich nicht. Du solltest... Au! Oh nein. Nicht noch mehr Geräusche? Wer... Wer ist da? Okay. Niemand. Nur ich. Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz auf. Schlag ein. Danke, Heppo. Also, Leo. Wir zwei kümmern uns jetzt um die Kabelanschlüsse am Meereszentrum. Geht klar, Wendy. Bob, Bob. Wir müssen über neue Pläne zu den erneuerbaren Energien sprechen. Oh, ähm... Denn es ist wichtig, dass wir vorausstellen. Hochhausen wird von Tag zu Tag größer. Und wir brauchen mehr Energie für Lampen, Waschmaschinen und Toaster. Vielleicht sollten wir heute erstmal die... Du hast recht. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das sehe ich ganz genauso. Ich wollte nur sagen... Ich wollte dir nicht nur von den Plänen erzählen. Ich wollte sie dir zeigen. Okay, aber ich kann nicht lange von hier wegbleiben. Also machen wir es kurz. Übernimmst du, Buggy? Kein Problem, Bob. Hm. Also, ich frag nicht. Was ist, Buggy? Wie wäre es, wenn wir die Fundamente näher zusammenrücken würden? Dann könnte man später noch mehr Winddrehdinger an genau dieser Stelle aufbauen. Wäre das nicht super? Oh, ich glaub, das ist keine gute Idee. Davon hat Bob nichts gesagt. Ja, schon. Aber was ist, wenn das Meereszentrum zum Beispiel ein neues riesiges Blauweihbecken braucht? Dann braucht man auch viel Strom für Licht und klares Wasser und... Ich weiß nicht. Toast? Toast? Vielleicht kein Toast. Aber seht mal, hier wäre doch für mindestens zehn von den Drehdingern Platz. Ja, ja. Und vergesst nicht. Was hat Herr Brauer gesagt? Wir müssen vorausdenken. Weißt du auch ganz, ganz sicher, was du da tust, Buggy? Das steht nicht auf dem Plan. Natürlich. Bob wird uns dankbar dafür sein. Wendy und ich haben die Kabel fast alle angeschlossen und... Sind die Fundamente näher beisank? Klar, wie Herr Brauer gesagt hat. Wir müssen vorausdenken. Oh, Herr Brauer wollte das so? Ja, genau. Das will er. Er ist mit Bob unterwegs. Aber wir brauchen Hilfe beim Aufbauen der Windräder, Leo. Okay. Gut so, Heppo. Runter. Ja, und jetzt kommt das Propeller-Dings oben drauf. Okay, Heppo. Ganz vorsichtig. Perfekt. Der nächste. Das scheint Spaß zu machen. Was, Wendy? Wir haben noch einen Sandblock übrig und jede Menge Sand. Ja. Wie ist die Wettervorhersage, Leo? Sehr sonnig, Herr Brauer. Oh. Nein, mein Ring. Was ist, Frau Bürgermeisterin? Mein Ring ist mir vom Finger gerutscht. Wir müssen ihn finden, Herr Brauer. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Wir werden ihn finden. Wir müssen. Ich muss ihn dem Museum morgen zurückgeben. Und der Ring ist so wertvoll. Ich stand neben Buggy, als er die Sandblöcke gemacht hat. Also muss er in einer der Skulpturen sein. Von mir aus können wir die Skulpturen durchsuchen. Wenn danach noch genug Zeit ist, sie wieder aufzubauen. Wenn es keinen Bass ausmacht. Oh. Na los, dann suchen wir alle nach dem Ring. Das tut mir sehr leid. Ich war ganz sicher, dass er in einer der Skulpturen ist. Ähm. Was? Was, Jenny? Ist dir irgendetwas eingefallen? Ich glaube, sie hatten den Ring noch, als wir mit den Skulpturen angefangen haben. Und deshalb kann er in keinem Sandblock sein. Dann ist er verloren. Weg. Für immer. Aber ich muss es dem Museum sagen. Bitte sagen Sie meine Teilnahme an dem Ball ab, Herr Brauer. Keine Sorge. Ich habe etwas zu Hause und bin sicher, damit werde ich Ihren Ring finden. Frau Bürgermeisterin, Sie gehen zu diesem Ball. Macht jetzt alle mit den Skulpturen weiter. Reicht die Zeit, um noch eine Skulptur zu bauen, Bob? Aber klar, Anton. Wendy, Buggy und ich müssen nur noch zuerst neue Sandblöcke machen. Wir haben vier neue Sandblöcke. Alle bereit, nochmal anzufangen? Was ist das? Mein Metalldetektor, Buggy. Mit dem finden wir bestimmt den Ring der Bürgermeisterin. Oh. Und wie geht das? Oh. Ich weiß nicht. Irgendwie fällt mir zum Thema auf dem Meeresgrund nichts wirklich Außergewöhnliches ein. Tja, und was machen wir nun? Mir fällt nur ein riesiger Ring ein. Oh. Entschuldigung, es ist nur eine Getränkedose. Oh. Hm. 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 Okay, Heppo. Hoch. Noch ein bisschen. Langsam. Ähm, Bob? Unter meinen Reifen ist Wasser. Keine Sorge, Heppo. Du und Leo fahren zurück zur Küste. Aber was ist mit dir und Wendy? Wir bleiben über Nacht hier, wenn es sein muss. So lange, bis der Leuchtturm wieder funktioniert. Alles klar, Bob. Alles klar, Bob. Fahr los, Heppo. Beeil dich, Buggy. Die Flut kommt immer mehr. Ich bin fast fertig. Das war's. Oh, wie toll. Oh, wie toll. Ich beeil mich hier und dann gehe ich Blitze gucken. Hey, sei vorsichtig, Buggy. Du hast das Stromkabel beschädigt. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Warum war ich nicht vorsichtiger? Was sollen wir jetzt tun? Wendy ist die Einzige, die das reparieren kann und sie sitzt im Leuchtturm fest. Hier ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich gibt's ein Problem an der Küste. Wir sind von der Flut eingeschlossen. Aber ich muss zurück, Bob. Nur so kann ich den Leuchtturm wieder zum Laufen bringen, bevor der Sturm hier ist. Ich hab eine Idee. Leo? Bob, äh, es gibt ein kleines Problem mit dem Stromkasten hier bei uns. Das dachten wir uns. Wendy kann das reparieren, aber jemand muss uns mit dem Boot abholen. Aber wer würde bei dem Wetter raussegeln? Was ist mit deinem Vater? Er hat ein Motorboot. Ja, gute Idee, Buggy. Papa! Papa! Leo? Kannst du Bob und Wendy abholen? Sie stecken oben im Leuchtturm fest. Das Boot ist noch nicht repariert, Leo. Wir sind gerade erst wieder hier. Hat ewig gedauert, die neuen Teile zu finden. Und jetzt ist der Strom ausgefallen und ich kann nicht vernünftig sehen. Meine Lichter scheinen hell. Und Rebus und Alfreds auch. Wir können sie für dich einschalten. Na super. Lass uns loslegen. Bob, sag Bescheid, wenn ihr mit dem unteren Turmteil fertig seid. Okay. Gut. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Beeil dich, Buddel. Je schneller wir hier fertig sind, desto schneller kann ich am Glockenturm mitbauen. Halt! Stopp! Ich habe einen übersehen. Wir sind gleich wieder zurück, Wendy. Bis gleich. Los, Buddel, zum Recyclinghof. Und zwar blitzschnell. Gut, alles läuft nach Plan. Sehr schön. Denn um 4 Uhr kommen die Sportis hochhausen, um die fertige Uhr zu sehen. Heute Nachmittag? Ja. Wir müssen uns beeilen. Und das heißt, der Beton muss sofort gemischt werden. Gut. Geht klar, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft hier mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Gut gemacht, Team. Ich sag Wendy, dass wir soweit sind. Und los! Sollen wir die Uhr aufladen, Wendy? Ja, ich bin fast fertig. Vergesst nicht den Pappkarton. Pappkarton? Welchen Pappkarton? Dort drüben steht ein Pappkarton. Oh. Ah, das wird er sein. So, ich bin fertig. Okay. Hoffentlich kann ich noch beim Glockenturm mithelfen. Wendemauern muss ich noch üben. Klingeling, nächster Halt, die neue Hochhausener Uhr. Hallo, Betty. Hallöchen, Bob. Hallo. Hallo. Echt genial, eure Ideen für die neue Uhr. Wir sind so gespannt, wie es aussieht. Ja, aber da fehlt noch die Uhr. Keine Sorge, Tim. Die Uhr und die Prinzen und Prinzessinnen sind auf dem Weg. Es klappt doch alles, oder, Bob? Um vier Uhr ist alles fertig, so wie versprochen. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder glatzt im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Oh, ich kann Dennis Blitz nirgendwo sehen. Ah, Leo. Hilfst du mir, die Pyrotechnik aufzubauen? Pyrro-was? Die Pyrotechnik. Also das Feuerwerk, das gleich die ganzen Funken versprüht, wenn Dennis fliegt. Komm mit, ich zeig's dir. Wartet, da ist er. Dennis Blitz. Ja. Oh nein. Er geht. Ich muss ihn kennenlernen. Okay, Leo. Das hier sind die Feuerwerkskörper. Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken. Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben. Wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen. Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben. Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen. Dann würde ein Feuer entstehen. Ganz genau. Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren. Da ist der. Dennis Blitz. Dennis Blitz. Buddel? Oh nein. Dennis Blitz. Los, halt an. Oh, Buddel. Entschuldige, Leo. Aber ich suche Dennis Blitz. Puh. Die Öffnung zeigt immer noch nach oben. Dennis Blitz. Dennis Blitz. Dennis Blitz. Dennis Blitz. Bob, der Baumeister? Oh, Dennis. Freut mich, dich kennenzulernen. Wow. Du hast einen Hammer und einen Meißel. Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat. Sieh mal, Dennis. Ich hab einen krass. Und ich kann toll buddeln. Dennis, wir müssen los. Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste. Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne. Wow. Ihr seht super aus. Oh, der Komodo-Drache. Oh, Bob, Wendy. Hilfe, ich hänge fest. Leo, sei vorsichtig. Ich muss ihm helfen. Was ist hier los? Bob, dieser Drache klettert den Baum rauf und da hängt Leo. Leo, keine Angst. Wir holen dich da runter. Halte dich gut fest, ja? Okay. Ich versuch's. Bob, ich glaube, ich komme bis zu ihm rauf. Los, versuch in Buddels Schaufel reinzuspringen, Leo. Das schaffe ich. Keine Sorge, Leo. Er kann dir nichts mehr tun. Toll gemacht. Das war prima. Buddel, bring dich jetzt runter. So vorsichtig, wie es nur geht, Leo. Sehr gut gemacht. Was ist passiert? Es gab ein kleines Drachenproblem. Danke, Buddel. Du bist echt mein Held. Ich bin kein Held, Leo. Das war alles meine Schuld, dass du da oben hängen geblieben bist. Wieso? Was ist passiert? Also, ich wollte zu Jenny. Auf einmal hat mich dieser Drache angefaucht und ich hab Angst gekriegt und bin rückwärts in die Brücke gefahren. Die reparieren wir wieder, Buddel. Viel wichtiger ist doch, dass du Leo gerettet hast. Du hattest mehr Angst um mich als um dich, Buddel. Das war echt tapfer. Wovor hat Buddel Leo gerettet? Vor ihm. Er ist aber in Wirklichkeit ein Weibchen. Oh, schaut nur, wie ruhig sie die warme Sonne genießt. Dann wollte sie gar nicht auf den Baum klettern und mich beißen? Nein. Die jungen Komododrachen können noch gut auf Bäume klettern, aber die alten sind zu groß dafür. Oh. Ich hab Leo gerettet. Dabei musste er gar nicht gerettet werden. Du bringst mich da auf etwas, Buddel. Ich will nicht, dass die Zoobesucher Angst kriegen, so wie du und Leo vorhin. Vielleicht sollten wir die Brücke sicherer machen. Wir haben noch viel von dem Sicherheitsglas übrig. Das können wir an den Seiten der Brücke anbringen. Das ist ja genial, Bob. Dann störe ich nicht weiter. Oh, Jenny, das hätte ich fast vergessen. Ich hab in dem anderen Gehege Eier gefunden, aber ich konnte die Vogelmama nirgendwo entdecken. Was für Eier. Solche Eier hab ich echt noch nie zuvor gesehen. Welche Vögel vergraben denn ihre Eier in der Erde? Oh. Wie aufregend. Hallo, ihr zwei. Habt ihr zufällig Leo gesehen? Ja, schon ziemlich oft. Er meint jetzt gerade, Buddel. Oh, nein. Ich auch nicht, Buggy. Okay, Leute, wir können jetzt mit Weltraum-Roboter 3 anfangen. Sind alle bereit? Sehr schön. Also legen wir los. Und Action. Keine Sorge, D-1-1-D. Ich beschütze dich vor dem bösen Weltraum-Roboter. Oh, Leo. Leo, sei bloß vorsichtig. Psst, Bob, wir filmen gerade. Fürchte dich nicht, D-1. Dein Held ist da. Was tut er nur? Er spielt den Helden. Ich find's nicht sehr heldenhaft. Er sollte nicht da oben sein. Das ist gefährlich. So. Ah. Oh, Vorsicht! Meine Rakete! Oh. 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 Wir holen dich da jetzt runter, aber du darfst dich nicht bewegen. Okay? Bob, ich bin doch im Film. Ich muss mich bewegen. Oh. Leo! D-1-1-D. Hast du dir wehgetan? Es geht mir gut, glaube ich. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Mir geht es gut, aber seht euch nur die Rakete an. Das ist das Ende von D-1-1-D. Hurra! Oh. Äh. Entschuldigung. Und es ist auch das Ende meines Films. Oh nein. Es tut mir so leid. Besser? Ja, mir geht's gut. Ich werde nur niemals Weltraum-Roboter 3 sehen. Und sonst auch niemand. Es sei denn, es gelingt uns D-1-1-D zu reparieren. Äh. Wir bauen einen ganz neuen D-1-1-D. D-1-2-D. Ich befürchte, es dauert Monate, einen neuen Roboter zu bauen und nicht nur ein paar Stunden. Was ist, wenn wir D-1-1-D zusammenflicken, ihn auf Räder stellen und über Seile bewegen? Ja, aber die Zuschauer werden die Seile sehen und welcher tolle Weltraum-Roboter hängt schon an Seilen. Oh. Oh, arme Sophie. Jetzt wird sie niemals ihren Weltraum-Helden treffen. Hey, wartet mal. Sophie kann D-1-1-D perfekt nachmachen. Ja, und außerdem hat sie dieselbe Größe. Denkst du das Gleiche wie ich, Leo? Ich denke schon, Bob. Wendy, kannst du die Rakete reparieren und alles wieder aufbauen, während Leo und ich uns um D-1-1-D kümmern? Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt. In diesem Fall gibt es nur noch eins zu sagen. Action! Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz auf, schlag ein. Einmal sonnengelb und einmal meeresblau. Diese Strandhütten werden richtig toll. Und die Farbe trocknet schnell an einem so sonnigen Tag wie heute. Achtung, meine Güte. Bob, Wendy, vorsichtig mit diesen Farbtöpfen. Wir wollen nicht, dass hier überall Farbkleckse sind. Wenn Flecken auf die Steine und den Sand kommen, ist hier alles... Keine Sorge, Herr Brauer. Das ist wasserlösliche Farbe. Ach so? Mit warmem Wasser geht jeder Fleck weg. Oh, mein Mülleimer! Oh je. So wird es hier nie sauber und aufgeräumt aussehen, Buddel. Entschuldigen Sie. Der Startprüfer kann jede Minute hier sein, um sich alles anzusehen. Genau genommen ist er vielleicht schon hier. Wirklich? Oh ja. Jeder, der sich dem Strand nähert, könnte der Prüfer sein. Also achte darauf, dass alles sauber und aufgeräumt ist. Oh, das kitzelt. Oh, hallo Möwi. Herr Brauer hat gesagt, jeder, der sich dem Strand nähert, kann der Prüfer sein. Aber wer ist es? Nein, wohl eher nicht. Die auch nicht. Halt, warte. Und wenn es zwei Prüfer sind? Vielleicht haben sie ja Kameras in ihren Butterbroten versteckt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht essen sie nur zu Mittag. Möwi, halt nach dem Prüfer, Ausschau. Huch, der Prüfer. Er ist hier. Das muss er sein. Oh nein. Huch, der Prüfer. Der Prüfer kommt. Sei vorsichtig, Buddel. Halt. Ach, Buddel. Was soll das denn? Da ist der Prüfer. Wovon redest du, Buddel? Er ist da drüben und macht Fotos vom Strand und vom Meer. Der Nummer-ein-Strandprüfer. Hä? Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Noch ein Stück höher. Das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja. Tja. Wenn du das sagst, gut. Oh nein. Vorsicht, Leo. Sie rollt weg. Komm zurück, Schüssel. Es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss. Vorsicht! Na ja, wenigstens habe ich meinen Fruchtshake nicht. Entschuldigung. Verschüttet. Dehnübungen sind ganz wichtig. Damit werden nämlich die Muskeln entspannt. Sieht echt super aus, Herr Brauer. Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können. Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Pass auf! Oh nein! Nein! Sie rollt auf die Bühne zu! Nein! Wie konnte das passieren? Wieso hast du nicht besser aufgepasst, Heppo? Äh, ich, ähm... Das war nicht Heppos Schuld. Ich habe die Schüssel nicht richtig festgemacht, weil ich Fang den Fisch gespielt habe. Ich habe Team Heppleo hängen lassen. Es tut mir so leid. Unsere Bühne ist kaputt und unser tolles Plakat ist zerrissen. Und meine Sprühfarben sind leider auch leer. Und da die Schüssel im Fluss gelandet ist, werden die Sportis Hochhausen nicht in den Nachrichten zu sehen sein. Vielleicht kann ich die Schüssel mit meinen echten Angelkünsten retten. Team Heppleo zieht diesmal an einem Strang. Und dann heißt's, fang die Schüssel. Das ist echt eine tolle Idee, Leo. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Und wie war das Eishockey-Training Sportis? Super! Anton ist neunmal hingefallen. Es war nur achtmal, Tim. Du kannst wohl nicht zählen. Schneid euch bitte alle an. Können wir losrollen? Ja, du könntest losrollen! Okay, es gibt doch gleich Essen. Und ihr wisst, ich komme nicht gern zu spät. Also schnell weg von hier! Oh, seht mal! Da ist Bob, der Gärtner! Was machen die da? Können wir kurz anhalten, Betty? Na schön, aber nur, weil es Bob ist. Beeilt euch, ja? Das sieht ja toll aus! Was ist das, Bob? Die Bürgermeisterin wird einen Helden von Hochhausen auswählen. Und dessen Gesicht wird in den goldenen Stern eingesetzt, sodass jeder es sehen kann. Wow! Und wer wird derjenige sein, hä? Das wissen wir noch nicht, Tim. Aber es wird jemand sein, der sehr viel für Hochhausen getan hat. Ich weiß, wer es sein sollte! Betty! Ich? Aber, aber, ich bin doch nur ein Bus! Sophie hat recht. Du bist immer für uns da. Oh, aber natürlich! Du sorgst immer für uns. Nun ja, ich versuche es. Du bist immer pünktlich. Aber nicht heute, hä? Und deine Sitze sind so schön weich. Hm, ich bin sehr plüschig. Ja, Betty, du solltest wirklich einen goldenen Stern bekommen. Eine Sekunde. Betty ist ein Fahrzeug. Wenn ein Fahrzeug der Held von Hochhausen werden kann, dann sollte ich es sein. Du, Buggy? Ja, ich! Ich kann baggern und zerbrechen und tragen und auch bohren. Es ist ganz klar, wessen Gesicht der Stern zeigen soll. Aber dein Gesicht ist zu groß, Buggy. Es wird nicht passen. Nein! Nicht mein echtes Gesicht. Sie werden ein Bild von mir benutzen, Buddel. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Ach, und Charlie sagt, er muss dringend wissen, wessen Gesicht der erste goldene Stern zeigen soll. Ja, ja, das weiß ich doch, Herr Brauer. Tina, hallo. Was kann ich für dich tun? Frau Bürgermeisterin, Sie suchen doch gerade den Helden von Hochhausen und ich denke, ich weiß, wer es werden sollte. Na endlich! Es kommt nur eine Person in Frage. Das sag ich die ganze Zeit. Jenny, die Tierpflegerin! Was? Sie tut doch so viel für die Tiere. Jenny, ja, sie wäre eine ausgezeichnete Wahl. Ich schreibe sie auf meine Liste neben Fritti, den Koch, Sarah Zappel, Henry von Eck... Oh, und dann gibt es ja auch noch Herrn Brauer. Ich? Wirklich? Oh, das habe ich nicht erwartet. Oh ja, er kennt sicher noch andere, die ich auf die Liste setzen kann. Äh, äh... Oh... 1-2-1-2 1-2-1-2 Erkennt, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft ja mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klappt im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Beton fest ist. Dann können wir das Rohr und das Geländer befestigen. Kleine Pause für alle. Klasse, dann übe ich jetzt auf zwei Reifen zu fahren. Juhu! Dürfen wir dir beim Üben zusehen? Ähm, ja, ja schon. Sag mal, wo ist dein Skateboard? Oh, ich, ähm, wollt's grad holen. Leo, Leo, Leo! Wow! Hey, da kommt der Skater-Profi. Oh, oh! Oh! Ich wollt nur mal meine Knieschoner testen. Hast du die Sachen gerade erst gekauft, Leo? Dein Skateboard hat ja noch nicht mal einen kleinen Kratzer. Ähm, äh, nein. Ich fahr so gut, dass ich nie ne Delle reinkriege. Hm. Oh, was ist das für ein Dings da? Äh, das ist ne Helmkamera. Die gehört zur Ausrüstung. Hm. Äh, hab ich schon lange. Äh, sieh mal. Du schaltest sie ein und dann sendet sie live das Video auf mein Handy. Oh. Ah. Hey, wir sind im Fernsehen. Hallo, liebe Freunde. Cool. Kann es mich filmen, wenn ich das hier mache? Tada! Ciao, ciao! Also, jetzt zeig mal, wie schnell du fahren kannst, Leo. Äh, also gut. Oh, alles okay? Hehe, jep. Lange nicht mehr gefahren. Oh, au. Das ist sehr beeindruckend. Oh. Äh, ich versuch es gleich nochmal. Oh, 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 oh. Leo, 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 Leo. Was ist das? Das sind Aufnahmen von Leos Kamera. Warte mal, sind das nicht wir? Oh oh. Ist alles okay, Leo? Ja. Oh, der Wettkampf der Boards wird eine Katastrophe. Was hältst du von ein paar Skateboard-Tipps? Oh ja, bitte, Bob. Ich wusste gar nicht, dass du skaten kannst. Nicht von mir, von Wendy. Sie hat dreimal den Hochhausen-Pokal gewonnen. Oh, viermal eigentlich, aber egal. Komm hoch, steh zuerst mal auf. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet. Aber natürlich. Natürlich war es. Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Ach, das stimmt. Du hast recht. Oh, dahin gehört das Teil also. Oh ja. Fantastisch. Fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbord essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oskar. Und jetzt? Oskar, sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oskar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Keine Sorge, Jenny. Nur ein kleines Problem mit den Steinen. Bob kriegt er schon wieder hin. Was ist passiert, Buggy? Es tut mir so leid, Bob. Ich wollte dem großen, wilden Bären einen großen, hohen Berg bauen, auf dem er sich richtig wohlfühlen kann. Entschuldige, Bob. Es tut mir auch sehr leid, Bob. Ich hätte es wissen müssen. Nein, Heppo. Ich habe euch dazu überredet, ihn höher zu bauen. Es tut mir leid. Das ist alles meine Schuld. Jenny ist ganz verzweifelt. Ich hoffe, du hast einen Ersatzplan, Bob. Ich hatte den Berg nicht so hoch geplant, wie Buggy ihn wollte. Aber ich finde seine Idee gut. Prima. Ja? Und? Wenn wir Kies und Beton für den Untergrund wählen, anstatt Kies und Erde, könnten wir vier verschiedene Ebenen bauen, statt drei. Kannst du uns den Zement bringen, Schleppo? Ich mache mich gleich auf den Weg. Und dann hole ich den Bären. Danke, Schleppo. Immer gern, Bob. Und wir werden jetzt alle besonders hart arbeiten, um fertig zu werden. Das werden wir tun, Bob. Was immer du sagst. Du kannst dich auf uns verlassen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Unsched! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist einfach klasse! Er ist da! Er ist da! Der Bär ist angekommen! Oh, Bob, das ist wunderschön! Ich danke dir vielmals! Diese Kiste ist ja riesengroß! Da muss ein großer wilder Bär drin sein! Wenn er da drin ist, ist er aber sehr ruhig! Wir werden ja sehen! Hebst du ihn in sein Gehege, Herr Bob? Klar, Robob! Wo ist der Bär? Oh, ist es ein wilder Bär? Oh! Da ist er! Vorsichtig! So kann sie nicht fliegen! Der ganze Beton klebt noch an ihr! Dann müssen wir ihn schnell abkriegen, bevor er trocknet! Vielleicht... Ja, Heppo, könnten wir Stella in deiner Werkstatt mit der großen Waschanlage sauber machen! Das ist eine tolle Idee! Aber vielleicht sollte Buddel sie auf seiner Ladefläche dahin bringen! Das tue ich gern! Ich bring sie sicher dahin! Ich möchte sie fahren! Ich bin an allem schuld und mach das wieder gut! Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Heppo! Es geht einfach schneller, wenn Buddel sie fährt! Wenn du dich um Stella sorgst, kannst du ja mitkommen! Du hast recht, Wendy! Wir müssen zusammenarbeiten! Dann rollen wir mal los! Oh, Stella, sieh doch nur, wie du glänzt für deinen großen Flug! Sie kann nicht sprechen, Buggy! Ich weiß! Wir haben noch ein Problem! Der Fallschirm ist zerrissen und wir haben keinen Ersatz! Ohne Fallschirm kann Stella nicht in den Weltraum! Wie soll sie denn sonst wieder sicher zur Erde zurückkommen? Bob! Ich weiß, wie wir den Fallschirm reparieren können! Heppo, bitte ganz vorsichtig! Sehr gut gemacht! Jetzt fahren wir zum Kontrollzentrum! Seid ihr bereit für den Start? Ja! Und? Fliegt Stella endlich los? Ich... Ich halte es einfach nicht mehr aus! Das verstehe ich! Geduldig sein ist echt schwer, Tim! Jetzt geht's los! Alle zusammen! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Willkommen zu Bauheims erstem Motocross-Rennen! Jetzt stelle ich euch die Fahrer vor! Erster ist Daniel Nord, gefolgt von Julia Walter, dann Bob der Baumeister und zuletzt der geheimnisvolle, maskierte Superfahrer! Ja, da ist er! Los, Leo! Entschuldigung, wir sind spät dran! Hä? Leo? Aber wenn du hier bist, wer ist dann? Viel Glück für alle Teilnehmer, auf die Plätze und fertig, los! Das war ein gelungener Start von Bob, doch er wird verfolgt von Daniel Nord und Julia Walter, die jetzt auch schon an der ersten Kurve sind! Los, Bob! Los, Bob! Der maskierte Superfahrer ist nun dicht hinter Bob! Aber Bob führt immer noch, den maskierten Superfahrer im Rücken! Oh, pass auf, Bob! Und Bob ist wieder in Führung, aber nur ganz knapp! Verblüffender Angriff des maskierten Superfahrers, der somit als erster ins Ziel fährt! Oh! So ein Pech, Bob! Juchu! Gratuliere, gut gefahren! Damit ist Bob zweiter und Julia Walter dritte! Was für ein spannendes Rennen! Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die unbedingt wissen will, wer unser Gewinner ist! Hallo, Bob! Das ist Wendy! Oh, das hast du gewusst, Papa, oder? Wer meinst du, wer ihr Motorrad flott gemacht hat? Das ist großartig, Wendy! Ich gratuliere, Bob! Danke, Frau Bürgermeisterin! Warum die Maske, Wendy? Ich dachte, das wäre lustig! Außerdem war es so schön geheimnisvoll! Herzlichen Glückwunsch, Wendy! Juhu! Ich denke, es hat wirklich der beste Fahrer gewonnen! Juhu! Leo, wir sind doch fast fertig! Wieso machst du das denn nicht später? Aber ich hatte gerade eine tolle Idee, Buddel! Hör mal! Oh! Ähm, vielleicht doch nicht! Ah, aber das hier! Hast du den Eingang zur Spielecke schon fertig? Entschuldige, Bob! Ich war nicht ganz bei der Sache! Okay, dann kümmere dich jetzt darum! Und danach kannst du die Farbproben für Fritti machen, ja? Alles klar, Bob! Oh, und Buddel, wenn du hier fertig bist, könntest du dann bitte den Müll wegräumen? Okay, Bob! Kein Problem! Oh! Eins, zwei, drei, vier Farben für Fritti zur Auswahl! Das ist es! Ich werde nicht nur zwei Lieder mixen, sondern vier! Also, wo habe ich mein Handy gelassen? Äh... Ah, da ist es ja! Okay! Bob, Wendy, mir ist da was Dummes passiert! Oh! Oh, Leo! Jetzt ist Fritti bestimmt sauer auf mich! Wie ist denn das nur passiert? Ich hatte eine tolle Idee für einen Musikmix! Und dann habe ich nicht aufgepasst und bin in die Farbe getreten! Ich weiß, dass du aufgeregt bist wegen der Musik für die Party, Leo, aber erst ist die Arbeit hier dran! Entschuldige, Bob! Ich hätte einfach nicht so abgelenkt sein dürfen! Ich verspreche dir, das wird nicht wieder passieren! Schon gut! Aber wir müssen die Fußabdrücke übermalen, bevor Fritti zurück ist! Ich werde den Boden streiten! Nein, Leo! Was ist das? Oh-oh! Äh... Ich habe mir ein neues Muster für den Boden ausgedacht, Fritti! Äh... Das sollen Fußabdrücke von einem Tänzer sein! Aber wenn es dir nicht gefällt, kann ich sie auch wieder übermalen! Nein, auf gar keinen Fall! Ich finde sie wunderschön! Du bist ein Genie, Leo! Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Discoraum geholfen! Und welche Farbe wird es? Alle Farben! Eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe! Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst! Und ich will noch mehr Fußabdrücke! Überall! Geschafft! Die dritte Bodenplatte der Brücke ist festgeschraubt! Das sieht gut aus, Wendy! Okay, Leo, du kannst jetzt loslegen und das Seil befestigen! Schon dabei, Bob! Gut gemacht, Leo! Das Seil unterstützt jetzt den Brückenpfeiler! Danke, Heppo! Du kannst loslassen! Soll ich jetzt die vierte Bodenplatte holen? Ja, bitte, Heppo! Und kannst du mal gucken, wo Buggy steckt? Er wollte noch weitere Seile vorbeibringen! Klaro! Buddy! Was machst du denn hier? Oh! Hallo, Heppo! Ähm, ich gucke mir nur das Wasser an! Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss! Aber Fische leben nun mal in Flüssen! Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen! Ich glaube nicht, dass Leo sich das ausdenkt! Naja, sobald ich Bob das Seil gebracht habe, werfe ich noch mal einen Blick drauf! Nur um sicher zu gehen! Oh! Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf! Ich habe das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht! Danke, Heppo! Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay! Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken! Natürlich, Wendy! Kein Problem! Danke dir! Hm! Äh! Hm! Hm! Hey, Heppo! Hier ist kein Fisch zu sehen! Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich habe doch keine Angst vor Wasser! Guck! Oh! Oh, schönes Wasser! Oh, toll! Ah! Oh, oh! Was ist denn? Ich glaube, da ist was in meiner Baggerschaufel! Oh! Das ist ein Fisch! Leo hat also doch recht gehabt! Ein Riesenfisch mit einem super großen Maul, voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken! Naja, ich will dir keine Angst einjagen! Aber es stimmt! Ah! Hilfe, Heppo! Nimm ihn raus! Hilfe! Hilf mir! Heppo! Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du, gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer! Kommt schon, lasst uns weitermachen! Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie! Hilf mir! Holt den Fisch! Raus, der hüpft in meiner Schaufel herum! Pass auf, Buggy! Fahr langsamer! Besonders, wenn keiner zum Spielen da ist! Aber Bob hat ja völlig recht! Ich sollte mich ausruhen! Möwi! Ja! Wollen wir spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst! Willst du zuerst? Okay, ich fang an! Ich sehe was, was du nicht siehst! Oh, diese flackernde Glühbirne ist das Aufregendste, was ich heute gesehen habe! Besser, ich sag das, Bob, falls das eigentlich ein, äh, Feuer ist! Oder es ist ein Signal von Außerirdischen! Oder, 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 ah, ich sag's, Bob! Das dauert nicht mehr lange, Fritti! Wir bauen jetzt die Gefriertruhe ein, dann kommt das Dach drauf! Fantastisch, Bob! Dann hol ich jetzt das Eis her! Buggy an, Bob! Bitte kommen, esse! Hallo, Buggy! Bob hier! Hast du dich ausgeruht? Das hab ich versucht, Bob! Aber dann hab ich ne flackernde Glühbirne entdeckt! Oh, das ist nicht weiter schlimm! Oh, okay, Bob! Ich wollte nur keinen Fehler machen, falls es eigentlich was Ernstes ist! Zum Beispiel ein Feuer! Du hast doch gesagt, es ist eine flackernde Glühbirne! Du hast möglicherweise recht! Möglicherweise ist es kein Feuer! Hm, ich fahr lieber hin! Okay, Buggy, Buddel und ich kommen so schnell, wie es geht! Und Ende! Na schön, dann lass ich das jetzt runter! Dann war das gar kein Feuer, Bob? Nein, Buggy, ein flackerndes Licht ist kein Feuer! Ich glaube, du hast schon wieder mächtig übertrieben! Entschuldige! So, dann ist hier ja alles in Ordnung und ich kann mit zum Strand kommen! Daraus wird wohl nichts, Buggy! Du bist einfach zu müde! Du hast mich jetzt schon zweimal wegen Kleinigkeiten hergeholt! Besser, du bleibst hier! Okay? Oh! Okay, Bob! Versuch dich auszuruhen! Auf geht's, Buddel! Zurück zum Strand! Oh! Oh! Bob hat recht! Ich sollte wirklich versuchen, mich auszuruhen! Ich muss jetzt schlafen! Vielleicht sollte ich Schäfchen zählen! Nein, die sind langweilig! Ich versuch's mit... Reifen! Eins! Zwei! Was riecht da so? Hoch! Oh! Doppelhuch! Ein richtiger Notfall! Seid ihr gleich soweit? Wir wollen doch nicht, dass das köstliche Eis schmilzt! Wir sind gleich soweit, Fritti! Bob, hier ist Buggy! Mitten im echten Notfall! Was? Schon wieder einer? Hast du dich ausgeruht? Nein! Hier ist ein Feuer, Bob! Ein Feuer hier im Hof! Pass auf, Buggy! Du brauchst einfach noch Ruhe, sonst wirst du nicht aufhören mit diesen Übertreibungen bei kleinen Problemchen. Aber Bob! Ruh dich aus! Ich schalt jetzt aus! Waaah! Ich muss die Werkstatt retten, aber wie nur... Oh, ich heb die Tonne hoch, ich bin ja aus Metall! Also, wenn Bob nicht zu dem Feuer kommt, muss ich das Feuer eben zu Bob bringen. Er weiß, wie man es löscht. Oh! Waaah! Okay, sie sind drin und sind gerade. Mixi, füll den Beton rein! Schon unterwegs! Prima! Ich teste jetzt die Lichter. Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts. Ich gucke genau, genau, genau! Sehr gut! Hallo, Tim! Na, was machen deine Partypläne? Okay, Buddel, geht los! Und Buddel, gehen die Lichter? Oh, äh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar. Okay, jetzt hab ich's, denk ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig! Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben... War er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen! Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh! Wow! Hallo, Buggy! Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool! Danke, Wendy! Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy! Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar! Ja, Bob! Okay, Heppo, fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro! Sehr gut, Heppo! So, alles erledigt. Danke dir! Das ist echt super toll! Super aufregend! Tja, Drachen sind die Besten! Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte! Die Stützbalken brechen zusammen! Wie war das? Das klang wild! Fühlst du dich jetzt besser? Ein bisschen, danke, Leo! Wir brauchen noch mehr Holzspäne für den Weg hier. Könntet ihr beide welche holen? Natürlich, Bob! Wenn du heute auf einen Dinosaurier wartest, hast du Glück! Wow! Welcher Dinosaurier ist das, Bob? Das ist ein... ...Iguanodon! Und da kommen noch einige hinterher! Das ist unser Star des Dino-Parks. Der Triceratops möchte sich vorstellen. Klasse! Danke, Schleppo! Okay, Heppo. Stell ihn dort zu den Büschen! Sehr gut! Jetzt probieren wir ihn aus! Der Triceratops muss hier stehen, damit wir ihn ans Stromkabel anschließen können. Ist das der, der sich bewegt, Bob? Können wir das sehen? Da bewegt sich nichts! Das Modell hat vorn eingebaute Sensoren, die nur dann reagieren, wenn jemand nah rankommt. Versuch es, Buggy! Klasse! Ich lasse euch jetzt allein, dann könnt ihr die anderen Dinos aufstellen, während ich das Eingangstor anmale, okay? Klar doch! Machen wir! Gut! Der Triceratops sieht ganz schön gefährlich aus mit seinen Hörnern. Hm, hm! Hm, das wäre mal eine nette Überraschung für Leo. Und was genau wollen wir machen? Er rechnet bestimmt nicht damit, dass ein beweglicher Dinosaurier auf dem Weg steht. Oh, ein Dinosaurier! Buddel, vergiss nicht, die sind nicht echt. Hoffentlich ist das wirklich so, Leo. Leo, sieh mal, was wir gefunden haben. Hm. Da ist ja Buggy. Huhu, was habt ihr gefunden? Der Dinosaurier lebt auch. Geh in Deckung, Bob! Weg mit mir! Nein, stopp! Weg, weg mit dir! Weg! Oh, Buddel! Wasser! Erledigt, Wendy! Danke, Heppo! So, kannst du jetzt die drei Bodenplatten holen, auf denen die Statue stehen wird? Die sind in einer Kiste vorn um die Ecke. Ich komme gleich zu dir. Alles klar, Wendy. Dann bis bald, Sportis! Danke schön! Ihr müsst jetzt auch los. Ich bringe euch noch zu Betty. Pass gut auf meinen Elefanten auf, Buddel. Der ist super süß! Bis gleich, Wendy. Oh, das war knapp. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Oh, da ist Betty. Betty, willst du Sophies Elefanten sehen? Oh, nein, der Elefant ist kaputt gegangen. Das muss ich Sophie sagen. Äh, Betty, ist Sophie da? Ja, sie ist da drin. Sie redet nur noch von ihrem wunderbaren Elefanten und wie froh und dankbar sie ist, dass du so gut auf ihn aufpasst. Oh, nein, wie schrecklich. Ich kann es dir nicht sagen. Also, jetzt zeig mir schon endlich den Elefanten. Oh, ähm, nein. Tut mir leid, geht nicht. Ich, ähm, muss los. Hm. Oh, je. Hm? Wir holen noch Sophies Eltern ab und fahren dann alle zum Einkaufszentrum. Ja, dann seh ich meinen Elefanten. Oh. Ich muss Bob unbedingt sagen, was passiert ist. Und fertig. Hallo, wie weit seid ihr mit der Mauer? Fertig. Jetzt kommt der Test. Oh, lass mich das machen, Bob. Dann kann ich meinem Lehrer erzählen, wie man fertige Arbeiten prüft. Okay, fang an mit einem... Leichten Schubs. Ups. Oh. Oder ich sag ihm, Bob, der Elefant hat leider einen kleinen Unfall gehabt. Herr Rüssel, sind Sie das? Sie sind es. Hallo, Herr Rüssel. Ich bin Buzzel. Ich... Oh, nein. Das hört sich wieder nach Betty an. Betty, kannst du beim Supermarkt kurz anhalten? Ich brauche Batterien für meine Kamera. Papa, ich will jetzt schnell zu meinem Elefanten. Aber Sophie, ich habe die Kamera extra für heute gekauft. Ich will viele schöne Bilder machen von dir und deinem Elefanten. Oh, je. Er kann doch keine Bilder von einem kaputten Elefanten machen. Oh. Ah. Oh, nein. Vielleicht ist es besser, wenn keiner sieht, was ich angerichtet habe. Okay, du kannst loslegen, Leo. Hier lang, Heppo. Und... Halt! Okay. Alles in Ordnung, Heppo? Ja. Ja. Weißt du, ich erschrecke mich andauernd, um ehrlich zu sein. Und Buggy ist nicht gerade hilfreich. Was? Was habe ich getan? Ich habe nur den Dadadadach benutzt, so wie immer. Du meinst den Bohrer. Ich liebe den Dadadadach. Ja, das tust du. Einer kommt, einer fährt weg. Perfekte Planung. Willst du die Träger nehmen, Schleppo? Ich kümmere mich später darum. Ich kappel sie erst mal übereinander. Oh. Oh. Oh, Buggy, hör auf damit. Das war ich doch gar nicht. Schleppo hat den Krach gemacht. Das nennst du Krach? Ich weiß noch, als ich quer durch Island fuhr und nur einen Vulkan als Gesellschaft hatte. Also, das war laut. Ich fache jetzt und arbeite da, wo es leiser ist. Vielleicht brauchen Bob und Wendy etwas Hilfe. Und Abriss, Buggy reißt weiter Wände ab. Aufgepasst, ich komme. Bob. Bob. Bob? Wendy? Wendi? Alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob. Buggy? Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss Buggy? Gott sei Dank. Oh, was bin ich für ein Schussel. Es ist eine Katastrophe. Was ist passiert, Herr Brauer? Oh, ich habe das Allerwichtigste vergessen. Meine Schatztruhe. Ich muss nach Hause, um sie zu holen. Sie brauchen unbedingt jemanden, der die Probe leitet, während Sie unterwegs sind. Ich fürchte, da hast du recht. Überlassen Sie das mir, Herr Brauer. Du bist meine Retterin, Mixi. Alle Schwerter und Kostüme sind in der roten Kiste, verstanden? Nicht in der grünen. Darin sind die Sachen für das Ende. Okay, Herr Brauer. Rot, nicht grün. Alles klar. Wie sagt man so schön? Es ist nie zu spät, bevor die Sonne untergeht. Wowie! Ein Sack voller Piraten. Unter der Leitung von Herrn Brauer und Mixi. Jetzt komme ich ganz groß raus. Wo willst du denn hin? Wir müssen doch den Weg hier pflastern. Welche Zementmischung sollen wir nehmen? Oh, äh, grün, nicht rot. Oder rot, nicht grün. Ähm, den roten. Ganz sicher? Ganz bestimmt, auf jeden Fall, zu 100 Prozent den roten. Okay. Ein Herr mit viel Gold. Oder ein grünes Meer? Hä? Nein, das stimmt nicht. Äh, Goldherr oder ich vergesse mich. Oh, meine Schauspieler brauchen mich. Fertig, Leo. Äh, danke, Mixi. Gern geschehen, ciao. Äh, ciao. Hallo, jetzt bitte noch mal alles von vorn. Schön laut, man muss jedes Wort hören. Alle auf ihre Plätze. Und Action. Land, ahoy, ich erspähe etwas. Lauter bitte. Die Schatzbucht, Land der Beute. Wir greifen an bei Donnergroll und laden das Schiff bis zum Rande voll. Ah. Etwas piratenmäßiger bitte. Ah. Das ist es. Hervorragend. Halt. Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Anton. Ähm, Mixi? Wo sind mein furchteinflößender Hut und mein Degen? Äh, in der grünen oder der roten? Äh. Mixi, ich brauche noch Beton. Ich komme gleich, Leo. Dein Kostüm ist, äh, glaube ich, in der grünen Kiste, Anton. Bist du sicher? Hundert Prozent. Hundert Prozent. Mixi. Bin gleich wieder zurück, Piraten. Wo war ich? Ach ja. Hier kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Käpt'n Kraftkeks, der scheußliche Seeräuber. Ich mag deinen furchterregenden Piratenhutkämpfen. Hä? Was ist da so lustig? Wer es wagt, sich mit mir anzulegen, macht gleich Bekanntschaft mit meinem scharfen Degen. Ein Furchterregender! Geist laükkopf. Hö. 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 Hä. Hö. Untertitelung des ZDF, 2020